Das Holz wird knapp und vor allem dann, wenn es gerade keinen Sturm gegeben hat, wird es teuer. Rheinland-Pfalz ist das waldreichste Bundesland der BRD. 43 Prozent unserer Fläche sind Wald. Wieso steigen die Preise für Holz trotzdem an? In Deutschland wird immer mehr mit Holz geheizt. Schließlich sind Öl und Gas auch sehr teuer geworden. Holzfeuer macht den Raum gemütlicher und die Ökobilanz sieht blendend aus. Denn Holz wächst nach und die Bäume nehmen das Treibhausgas CO2 auf. Billig wurde das Holz, wenn wir Orkane hatten. Dann lagen ganze Wälder am Boden und billiges Brennholz liegt im Überfluss rum. Solange das nicht passiert, können sich die Preise erholen und die Forstämter sind froh darum. Denn wenn die hohe Einnahmen haben, können sie den Wald sinnvoll und nachhaltig bewirtschaften. Da haben wir alle was davon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017